Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um die besten 50 Meter Kabeltrommeln. Damit ihr ein passendes Modell für euch und eure Ansprüche finden könnt, möchten wir euch heute drei verschiedene Kabeltrommeln von drei verschiedenen Herstellern vorstellen. Bleibt unbedingt bis zum Schluss dran, um alle Modelle mit ihren wichtigsten Eigenschaften und Funktionen kennenzulernen und am Ende eine passende Kabeltrommel für eure Ansprüche finden zu können. Als letztes möchten wir euch das hochwertigste Modell im Vergleich vorstellen und gleichzeitig auch unseren Favoriten. Dranbleiben lohnt sich also. Wenn ihr noch weitere Infos zu den Kabeltrommeln erfahren oder eines der Modelle auch direkt bestellen wollt, könnt ihr das über die Links in der Videobeschreibung tun. Dort haben wir euch alle drei Kabeltrommeln mit dem tagesaktuellen Preis auch verlinkt. Lasst uns nun aber gleich mit der ersten 50 Meter Kabeltrommel aus dem Vergleich starten. Das beste Einsteigermodell ist unserer Meinung nach die Garant V2 von Brennenstuhl. Diese 50 Meter Kabelbox kommt mit einem stabilem Spezialkunststoff-Trommelkörper. Dieser ist äußerst stabil und auch gegen sämtliche Witterungsbedingungen geschützt. Die vier Schutzkontaktsteckdosen an der Vorderseite besitzen selbst schließende Deckel und ermöglichen hier wie gesagt bis zu vier Geräte gleichzeitig oder auch weitere Kabelverlängerungen anzuschließen. Bei dem Modell handelt es sich eher um eine Indoor-Kabeltrommel, welche für Inneneinsätze geeignet ist. Sie kommt trotzdem mit einem starken Überhitzungsschutz und einer Leistung von 1000 Watt im aufgerollten und bis zu 3300 Watt im abgerollten Zustand. Das VV-Kabel besteht aus einem Kunststoffmantel und eignet sich wie gesagt ideal für den Innenbereich und ist zum Anschließen von sämtlichen Elektrogeräten geeignet. Sie ist mit der IP-Schutzklasse 20 ausgestattet, was das Modell wie gesagt vor allem für Baustellen im Innenbereich geeignet macht. Weitere Extras, durch die die Kabeltrommel überzeugen kann, sind der praktische Handgriff mit einer Achse für auch eine einfache Kabelführung beim Auf- und Abrollen, ein Kabelclip zur Fixierung des Kabels sowie auch eine praktische Bremsnocke zur Fixierung des Trommelkörpers während des Gebrauchs oder Transports. Ein Modell, welches also vor allem für Inneneinsätze geeignet ist und wenn ihr euch noch weiter zur Garant V2 von Brennenstuhl informieren oder das Modell zu euch bestellen wollt, könnt ihr das über den ersten Link in der Beschreibung tun. Es handelt sich wie gesagt um das beste Modell der Einsteigerklasse. Bleibt aber auch gerne noch dran, denn zwei weitere Modelle von zwei weiteren Herstellern möchten wir euch ja noch vorstellen. Als nächstes das beliebte Modell der Mittelklasse. Hier handelt es sich um die Outdoor-Kabeltrommel Emors P19223. Diese 50 Meter Kabeltrommel ist auf einem hochwertigen Stahlgestell befestigt und durch eine Spezialkunststofftrommel geschützt. Dank der hochwertigen Kabelisolierung aus Neopren ist hier die Schutzart IP44 vorhanden, womit die Kabeltrommel auch wunderbar für die Verwendung im Außenbereich, in der Industrie, im Garten, in der Werkstatt oder auch in Feuchträumen oder Baustellen geeignet ist. Der Kabeltyp H07RN mit der Neoprenisolierung ist für mittlere mechanische Beanspruchungen auch im Bauwesen, in der Industrie oder Landwirtschaft geeignet und auch für Beanspruchungen in kalten, heißen oder feuchten Umgebungen ausgelegt. Die Leiter des Kabels sind öl- und witterungsbeständig und anschließend lassen sich auch an diesem Modell bis zu vier Elektrogeräte über die vier Steckdosen an der Vorderseite mit auch selbst schließbaren Deckeln. Die maximale Belastung des aufgewickelten Kabels beträgt auch hier wieder 1000 Watt. Bei abgewickeltem Kabel sind es bis zu 3680 Watt, also auch hier mehr Belastbarkeit als beim eben vorgestellten Brennenstuhlmodell. Zudem ist das Modell im Schuko-Standard angefertigt. Es ist also für die Benutzung in Deutschland, Österreich, Spanien, Niederlande, Schweden oder Italien geeignet, aber nicht kompatibel in Frankreich, Polen, Tschechien, in England oder Belgien. Dafür überzeugt es durch ein, wie gesagt, sehr robustes Metallgehäuse mit 50 Meter langen Kabel und einer praktischen Kurbel zum Auf- und Abwickeln. Wer schon ein etwas robusteres Modell für auch den Außeneinsatz bzw. den Einsatz an staubigen und schmutzigen sowie auch kalten Stellen gesucht hat, ist mit der Profi-Auto-Kabelrolle P19223 von Emors an der richtigen Stelle. Mehr Infos zum Modell über den zweiten Link in der Beschreibung, dort könnt ihr diese auch sofort bestellen. Bleibt jetzt aber auch gerne noch dran, um als drittes und letztes auch das absolute Premium-Modell im Vergleich kennenzulernen. Als drittes möchten wir euch hier die Premium-Kabeltrommel von Brennenstuhl vorstellen. Ebenfalls also wieder ein Brennenstuhlmodell, diesmal allerdings eine Profi-Variante, welche auch für Baustellen bzw. Outdoor-Einsätze geeignet ist. Sie zeichnet sich durch eine extreme Robustheit aus, die vor allem durch die Standfestigkeit des Gehäuses gesichert wird. Durch diesen Überrollschutz ist sie ideal für den Baustelleneinsatz geeignet und auch für den ständigen Einsatz im Freien konzipiert. Sie besitzt die Schutzart IP44, wie das eben vorgestellte Emors-Modell, und ist auch kältebeständig bis minus 25 Grad. Der große, stabile Klappdrehgriff sorgt für ein müheloses Auf- und Abrollen des 50 Meter langen Kabels. Gehäuse und Trommelmaterial sind hier aus einer Kunststoff-Gummimischung hergestellt, die besonders stoß- und schlagfest ist. Außerdem ist das Kabel ölbeständig und eignet sich auch für den dauerhaften Einsatz unter härtesten Bedingungen im Außenbereich. Die vier auch spritzwassergeschützten Schutzkontakt-Steckdosen verfügen über einen Überhitzungsschutz bei Überhitzung und Überlastung und haben auch eine optische Bereitschaftsanzeige im Steckdoseneinsatz dabei. Zudem ist sie mit Tragegriffen ausgestattet und einer Steckergarage auf allen vier Seiten. Von den grundlegenden Eigenschaften ist sie genauso für den Außeneinsatz bzw. gewerblichen Betrieb wie die eben vorgestellte Emors-Kabeltrommel geeignet. Zusätzlich überzeugt sie noch durch die LED-Bereitschaftsanzeige und einen noch viel robusteren Aufbau durch die allseitige Verkleidung des Kippschutz-Trommelgehäuses. Durch dieses ist das Modell nicht nur nochmals robuster und besser eingeparkt, sondern eignet sich unserer Meinung nach auch viel besser zum Transport, da sie einfach kompakter bzw. simpler im Aufbau ist und auch viel Tragegriffe zum Transport besitzt. Wenn ihr euch noch weiter zu diesem Modell informieren wollt oder die Kabeltrommel von der Professional Line des Herstellers Brennenstuhl bestellen wollt, könnt ihr all dies über den dritten Link in der Beschreibung tun. Auch die erste Brennenstuhlkabeltrommel oder das Emors-Modell aus der Mittelklasse sind dort unten wie gesagt verlinkt, sowie auch nochmal ein ausführlicher Kaufratgeber, der euch alles Wichtige mitgibt, worauf ihr beim Kauf eines solchen Modells achten müsst.